ja gestern morgen samstag war es soweit um sechs uhr 2 plus minus hielt der ic portaniga im rahmen einer sonderfahrt im bahnhof siegel der ic portaniga fuhr von bremen nach trier und hielt bei uns im landkreis diepholz übrigens auch in diepholz und lemförde er fuhr ab bremen der nächste halt war siegel bin extra früh aufgestanden um mir diesen zug nicht entgehen zu lassen und habe hier ein wenig aufnehmen können leider ist mir bei dieser kamera dann der akku leer gegangen was ich zu spät bemerkt habe aber ich konnte trotzdem ein paar aufnahmen aufnehmen und die könnte jetzt sehen ansonsten gibt es noch zwei shorts auf youtube oder reels auf facebook abonnen 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 ... ... ... ... Ah-ha. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020